Ja, wir sind hier gerade in Oschersleben zu den offiziellen Testtagen vom GT Masters. Ich fahre dieses Jahr wieder fürs Team Mirko Motorsport und diesmal halt nicht in Pink, sondern in Orange. Ja, ich denke mal Orange fällt sich genauso wie Pink. Ist ja nur die Farbe, aber ich fühle mich trotzdem sehr wohl. Das Auto gefällt mir vom Design auch echt gut, also kann ich mit leben. Ja, die Tests verliefen eigentlich ganz gut. Wir hatten so ein paar bestimmte Themen, bestimmte Punkte, die wir abarbeiten mussten, haben wir eigentlich gut abgearbeitet und ich bin bisher ziemlich zufrieden und bin gespannt wie die ersten Rennen verlaufen. Ich denke das Wetter war schon okay so. Regen muss nicht unbedingt immer sein, speziell hier. Und letzte Woche am Nürburgring war genug Schnee und Regen, deswegen war jetzt mal ein bisschen Sonne gut. Ja, also meine Erwartungen waren auf jeden Fall erfüllt. Das Team hat mir immer super gearbeitet. Ich denke wir waren auf einen ganz guten Speed. Ich habe mich wieder gut eingelebt ins Auto, war ja auch wieder zwei Monate ohne fahren. Ich denke mal so kann es weitergehen.